Ja, was habt ihr jetzt so gemacht? Ja, wir sind am Viertel vor 9 Uhr. Also haben wir uns getroffen beim Bahnhof Wirlus. Und dann sind wir halt nach Zürich. Ich glaube, wir waren umgestiegen nach Chur. Und dann sind wir mit dem Postauto... Irgendwo hin. Und wo sind wir denn jetzt? Beim Lagerhaus. In der Lanzi. What? Schlauer Typ. In der Lanzi. Ah, wir bekommen einen Besuch. Was war dein Lieblingsprogramm heute? Ähm... Das Do Do Do. Es gibt so viel, um zu entscheiden. Alles war so gut. Ja, was haben wir denn alles gemacht heute? Wir haben das Do 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 gespielt. Wir haben Zug gefahren. Wir haben... Das haben wir schon erzählt. Wir sind gelaufen. Da haben wir schon unser erstes Lagerpärchen. Schön. Wir sind mit dem Bus gefahren. Ich habe keine Finken an. Sie hat tatsächlich keine Finken an. Oh mein. Und? War das Essen gut? Perfekt. Der Joti... 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 Er ist in Joti verliebt. Ja. Das haben wir doch alle. Oh, der Philipp ist Joti... Ja. Philipp ist Enrager. Ich weiß nicht. Das ist auch nur meine zweite Wahl. Und was wünscht ihr euch für morgen? Schönes Wetter. Ein geiles Glänzspiel. Und nicht allzu lange dauert. Auszuschlafen. 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 Ja, vielleicht ein wenig früh. Also, habt ihr noch eine Grossbotschaft nach Heim? Äh... Viel Spass unter dem scheiss Schweizer... Äh... Tolles Schweizerland. Ja, wenn meine Mutter mir kein Fresspaket schickt, dann ja. Dann ist es nicht mehr gut. Dann ist es nicht mehr gut? Okay. Macht gut. Also, sagen alle Tschüss. 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 Hallo. Also. Jetzt... Jetzt... Es fängt dich gar nicht an. Ich sage eins, zwei, drei. Dann läuft das schon. Es ist gut. Schau, Thomas. Fuhr gut. Sorry. Also.